Nach dieser Frustrationsfolge geht's mir jetzt ein bisschen besser und es geht hier weiter. Direkt weiter, weiter, weiter. Ich bin happy, and you'll clap it in the hand, bam, bam. Ellie, komm mal, wir müssen weiter. Ja, so tief ist das nicht. Was denn? Du bringst mir Schwimmen weiter. Na klar doch. Ich komm da nicht dran. Okay, das heißt wohl, ich muss ins Wasser. Ich bin jetzt drüben. Cool. Okay, Moment. Wenn you're happy, and you know it, clap your hands. Wenn you're happy, and you know it, clap your hands. Ich hab die Leiter, lalalalalalalalalala. Ellie. Alter, ich bin immer noch so geschockt von dem, was eben passiert ist alles. Okay, bleib mal drüber. Da ist es flacher. So wie deine Brüste. Okay. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, bitte immer ließ. Es ist eisig. Ja. Was haben wir denn hier? Da sitzt doch ein Infizierter rechts. Ein Klicker. Und noch eine versperrte Tür. Genau da. Da hockt einer. Ich würde sagen, wir schicken Ellie da rein, damit die stirbt. Das geht wirklich? Na gut. Hätte ich so, dass da ein Klicker steht. Joel, egal. So lange Joel lebt, ist alles okay, ne? Da kann Ellie auch gerne sterben gehen. Ah, ich kann nicht durchschießen. Na, das wusste ich nicht. Ja, und ich hab dich gerettet. Mit meinem Flammenwerfer. Mein bester Freund, der Flammenwerfer. Mein neuer bester Freund, der Flammenwerfer. Konnte ich nur bisher ohne ihn leben. Na, 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 na. Wir können hier was bauen. Okay, dann mal los. Was können wir hier bauen? Na, 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 na. Die Reichweite, wir können hier nichts bauen. Hopp runter. Wir haben ein Messer. Okay. So, boys. Hey, Kumpel. Der P, ein Bunsenbrenner. Noch irgendwas bekommen, aber ich hab nicht drauf geachtet. Bla. Okay. Soweit? Geht uns gut, denn wir haben Gutfried. Und mit Gutfried, Leute. Geht's uns gut. Ich seh's. Das Hospital. Wollen wir da rüber? Ich geh da rüber. Ja. Du wartest dir. Ich geh nirgendwo hin. So, was machen wir da oben? Da oben ist ne Palette, aber ich komm da ja so nicht hoch, ne? Nö. Kami, Kami, Kami. Okay. Da ist ne Leiter. Können wir die irgendwie runterholen? Nö. Wir kommen wieder jetzt am besten rauf. Na, 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 na. Guck mal, was das Wasser so sagt. Das Wasser sagt, ich muss wahrscheinlich hier durch. Da vorne schwimmen Leichen herherum. Stopp. Ah, hier muss ich sogar land, glaube ich, ne? Habe ich hier direkt gefunden. Ein cleverer junger Mann. Zwäng dich da mal durch. Oh, hier ist soweit nix. Hier ist die Palette. Und ich komme direkt nach. Ja. Hallo. Dein Einsatz. Einfach auf die Palette springen. Ich habe da vorne einen Ohrwurm. Du bist drauf und dran, ne? Ja, hol mal. Mach mal hin. Ich weiß, dass da Zombies kommen. Ich weiß nicht, wieso. Hab aber so dieses dumpfe Gefühl. Nee. Gut. Verdammt, der Leiter ist hin. Und jetzt? Ich bin zu fett für die Leiter. Das muss ich wahrscheinlich da hoch. Das muss ich die Leiter wahrscheinlich wieder nehmen. Yeah. Ich bin ein cleverer Mann, der das alles kann. Die Leiter jetzt in Nu, baue ich mir ne Brücke, Schubidu. Eine tolle Brücke, auf der ich mich gleich bücke. Die Leiter will ich haben und ne Brücke baue ich über den Graben. Schubidubidu, das alles auch im Nu. Wir sind jetzt drüben da. Oh, das ist wunderbar. Wir sind die super Menschen, auf der Weg zum Hospital. Alles überflutet. Du kommst mir dann nach. Okay, ich freue mich. Na, komm mal bei die Mama. Na, 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 na. Gehen singend weiter. Das macht mich immer weiter. Alliopp. Alliopp. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Wirst du? Das muss ich mal gebraucht. Nichts viel runter von diesem Ding. Na gut. Ich kann nicht laufen. Alli, dich so schnell. Ich kann nicht laufen. Dieser Bus, der wird gleich tauchen. Der hält uns, glaube ich, nicht aus. Und der Bus. Alli, los. Schönen Tag noch. Oh, mein Gott. Ah, weiter. Weiter. Was für ein Scheiß... Ah. Was für ein Scheißtag. Alli. Kraft. Ah. Halleluja. Alli, kann ich schwimmen? Oh. Ist das Alli? Wir müssen weiter, Alli. Einfach schwimmen. Ich rette dich. Nicht jetzt abnippeln. Ich rette dich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hände hoch! Sie hat mich nicht... Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Hallie? Es geht ihr gut. Und sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können uns... Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, ja, red dir diesen Scheißen nur weiter ein? Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joe. Ich sage dir, steh auf. Na dann. Los. Perfekt dich. Ich warte nur drauf. Wolland? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den. Gang runter. Mist. Wie, die wollen Ellie operieren? Das können die doch nicht machen. Der Schmuggler. Das ist immer nicht so rassistisch. Aber die sind besonders hart hier. Das weiß ich. Und direkt gefailt. Geht aus. Geht aus. Oh. Ja, wie bezweifle ich, dass es nur Ellie als Infizierte gibt. Es gibt natürlich sicherlich noch mehr Infizierte. Was? Ja. Wir sind gleich tot. Da hat er recht. Da war Alkohol... Ah, da können wir noch nix bauen. Ich hab zuerst geschossen. Du Noob, ich hab zuerst... Okay, ich würd sagen... Der Schmuggler, er ist hier drin! Nope. Aure Ui Deci. Ich denke, man kann hier gut überall rumschleichen. Bzw. ich hoffe, dass es geht. Eason ist tot. Es hat ein ebendiges Kumpel weg. Wir müssen nur töten. Wir müssen den Rester. Verstanden! Alles abzugen! Wollt's abhitschen und erledigen! Wir wollen mich immer töten, alle. Egal, was ich mach, es endet damit, dass wir alle töten wollen. Na, na, na. Schleiche, Schleich. Schleiche, Schleich. Wo ist dieser Typ? Verdammt! Da hinten! Da schleichen sie auch und suchen mich. Na, wie machen wir das? Wie machen wir das am besten? Ich bin am überlegen. Um. Ich bin am besten. Danke. Danke. Ich bin wieder so auf und angespannt, weil ich natürlich diesmal wieder extrem schleiche. Oh man, das ist so spannend. Ich finde das immer dann voll spannend, wenn man so rumschleichen schleicht. Ich habe nichts mehr zum Werfen, das ist das Blöde. Geht der da rein? Und wir gehen da rein. Okay, da sind wir sauber durchgekommen. Da sind wir bis jetzt sauber durchgekommen. Ey, wie gut wir da bisher durchgekommen sind, ist unglaublich. Ich weiß noch, wo letztes Mal hier, wo ich das gespielt habe, auf Fisk 3 die Hölle ausgebrochen ist. Okay. Ah, von wo? Oh, so weit geschlichen, so weit gekommen und dann das. Wir sind so weit gekommen, Leute. Fail. Töte mich. Ich habe vergessen, dass er da rausgestürmt kommt. Ja, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, dass er da rausgekommen ist. Wir gehen mal hoch, wir müssen ja hoch. Er meinte, wir müssen hoch zum OP-Saal. Deswegen, ja hoch. Ich glaube nicht, wie schwer schleichend ist, ohne die Lausch-Funktion. Ich habe doch ein Messer. Komplettes Messer benötigt. Verdammt, was fehlt uns für ein Messer? Eine Klinge. Eine Klinge. Wo finde ich am besten noch eine Klinge? Eine Klinge wäre schön. Aber hier ist keine... Ich bin so angespannt und konzentriert, weil ich Angst habe zu verkackeln. Scheiße. Siehst du das? Ähm Scheiße So voll ist, Motherfucker Dann halt nicht Okay, dann doch Okay, okay, wir müssen durch Ich hab keine Klinge, ich wollte zugeben wissen, was da drin ist Ich bin so neugierig Nix Verpiss dich Da können wir auch niemals durchschleichen, Heile Da werden wir so verkacken jetzt Nächste Stelle, wo wir hängen bleiben wahrscheinlich, ne? So Tot Hupen ab! Mist! Tut mir leid, dass ich irgendwo zu still bin, aber ich bin ultra konzentriert aktuell Aber da durchschleichen, das wird nix Das schaffe ich nie Nee, das schaffe ich nicht Was ist das? Da durchschleichen schaffe ich niemals Bezweifel ich stark Dafür ist da glaube ich zu viel los Ja, töte mich Wie kommen wir da durch? Wie kommen wir da durch? Wie kommen wir? Wie kommen wir? Wie kommen wir da durch? Da drüben ist was Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Ich will mich da halt nicht durchmetzeln Weil da verliere ich Auf dem Schwierigkeitsgrad sind die einfach zu overpowered dann Das ist eine ganz schlechte Idee, dass verteilt euch Gib mir da, komm utilities Ich seh nix Aus Ces Da war ich jetzt konzentriert, aber ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich bin durchgekommen. Marlins Aufzeichnungsgerät, das werd ich mir anhören. Das hier wird noch ein Jahr nicht, ich habe es in der Erde. Da muss ich schon sein, was ich nicht war. Also, ich geb's dir natürlich. Ich hab's gemacht. Aber ich bin nicht ges lemon, aber ich bin nicht ein Gesamt, ich bin ja auch geliefert. Dass ich mich nicht und ich bin nicht, ich bin ja auch geliefert. Aber das ist ja auch möglich, das kann es nicht. Ich habe nicht alles gehört, nicht den Anfang. Ich habe gerade die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Nicht zu fragen war eher Formalität. Man musste wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Und Musi kann uns retten. Okay. Okay, okay. Sicher, dass Musi uns retten kann? Als ob es nicht bisher mehr gab, also mehr Leute. Da ist der OP-Saal. Da ist der OP-Saal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Zum Finale wahrscheinlich vielleicht. Bis später. Ja. 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 Ja.